Hallo zusammen, ich bin Svenja. Ich mache hier am Spital Zaffoldern die Lehrer als KV, gerade am Empfang. Kommt mal mit, ich zeige euch meinen Alltag. Bei mir in der Abteilung am Empfang nehme ich Telefon ab und sie verbinde. Auch zeige ich Patienten und Angehörigen, wo sie hin müssen. Zu meinen Aufgaben gehört auch, dass ich viel Kontakt mit den Versicherungen aufnehme. Hallo zusammen, ich bin Lorena und ich mache hier meine KV-Lehrer in der Patienten-Administration. Bei meiner Abteilung muss ich Leistungen von Patienten erfassen, also Getränke, Znacht oder auch Medikamente, die sie verschrieben bekommen. Dann muss ich die Post bearbeiten, die zu meiner Abteilung kommt und die Post für das ganze Spital verteilen. Am Spital Zaffoldern ist man nie auf sich alleine gestellt als Lehrling, denn man hat immer die anderen Lehrlinge, die einem immer helfen. Wenn man Abteilungen wechselt, wird man vom anderen Lehrling immer eingeschafft, dass man es einfacher am Anfang hat in der Abteilung. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in unseren Alltag gehabt. Falls es euch gefallen hat, dann bewerbt ihr euch doch noch heute. Bis zum nächsten Mal.